Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die Sonne auf der anderen Seite von der Wohnung zu sehen. Ich kann erst mal durchgehen bis auf den Balkon und genieße die Aussage. Und außerdem ist der Weg zur Stadt ganz kurz, also kann ich mich jederzeit spontan mit Leuten treffen. Eigentlich bräuchte ich nicht mal ein Auto. Das ist herrlich. Ich sehe ja gleich die ganze Silhouette, die Kirchen. Und manchmal gehe ich einfach die Trappe hoch in den Zwölften und stelle mich da hin und gucke erst mal in die Runde. Ja, das Gefühl das erste Mal den Schlüssel rumzudrehen war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Es ist ein Stück Freiheit. Man kann machen, was man möchte. Man hat eine, wie gesagt, man hat eine moderne Wohnung mitten im Braunschweig. Man geht vor die Tür, man ist mittendrin. Man kann im Prinzip das Leben starten. Das Coolste an meiner Wohnung ist, dass sie mitten im Herzen von Braunschweig liegt. Das Coolste an meiner Wohnung ist, dass sie mitten im Braunschweig ist.